So, Christian, heute geht's um Gamer Girls. Würde ich jetzt so nicht sagen, das ist ja doch ein eher vorbelasteter Begriff. Hm, sollten wir mal drüber sprechen. Gameplay bei eSport Hub Sachsen-Anhalt. Der Podcast zu eSport, Let's Play and Game Culture. Player One. Tristan Berlet. Player Two. Christian Eino. Also ich war ja zu Beginn gegen diese Intro-Musik, weil die so durchgekaut ist, aber die hat was. Das ist ein Banger, oder? Mhm. Herzlich willkommen zur zweiten Folge Gameplay aus einem wunderschönen Studio in Halle an der Saale. Und unser Thema ist nachher Frauen im Gaming, Frauen im Gaming. Und im ersten Segment unserer Episode, unserer zweiten Episode, stimmen wir euch erstmal thematisch etwas ein. Gameplay Tutorial. In unserem Segment, die Sendung mit dem eSport, oder die Sendung mit der eSport-Maus. Kurz Tutorial. Kurz Tutorial. Wollen wir uns euch ja jedes Mal Begriffe aus der Gaming-Szene nahe bringen. Und da bietet sich heute natürlich an, woher kommt eigentlich Gamer Girl und dann der Gegenbegriff Girl Gamer. Gibt's da eigentlich einen Unterschied? Und so auch diese gesamte Gemengelage, die es da eigentlich gibt. Denn wir wollen uns heute einfach mit Frauen, mit Gender, mit dem nicht klassischen männlichen Gamer auseinandersetzen. Und das ist natürlich ein durchaus aufgeladenes Thema. Deswegen möchten wir natürlich auch möglichst neutral rangehen. Und auch uns. Ich meine, Tristan und ich, wir sind auch beides Kerle. Insofern ist es immer ein bisschen schwierig, über so ein Thema zu sprechen. Keine Sorge. Unsere Interviewgäste sind alle durch die Bank weiblich. Da haben wir... Also wir haben uns auch starke weibliche Unterstützung mit besorgt, dass wir halt eben jetzt nicht über irgendwas labern, wovon wir halt eben keine Ahnung haben. Wovon wir aber ein bisschen Ahnung haben, zumindest aus lexikalischer Sicht, sind erstmal die Begriffe. Und da gibt's halt diesen großen Kosmos. Auch bei Gamer Girl, Girl Gamer, das geht auch in so eine ähnliche Richtung wie zum Beispiel Geek Girl, Fake Geek Girl und so weiter. Also das sind häufig sehr stark emotional aufgeladene Begrifflichkeiten, um halt Rollen zu beschreiben, die halt Frauen haben oder nicht haben oder sonst was. Deswegen kurz mal... Um das ganz klar zu sagen, also gerade Gamer Girl und vor allem Fake Geek Girl sind eindeutig negativ konnotiert. Die sagt man ja nicht, um jemanden wertzuschätzen. Genau, deswegen kurz mal erklärt. Also für, ich sag mal, landläufige Umschreibung der Begriffe. Also ein Geek Girl, ähnlich wie ein Gamer Girl, ist halt eben ein weiblicher Gamer bzw. weiblicher Geek. Also zum Beispiel Fan von Serien und Filmen, wenn ich jetzt an Marvel, Star Wars etc. denke. Da hat man in Anführungsstrichen den Geek als Fan und das Geek Girl sind einfach die weibliche Variante davon. Analog wie beim Gamer gibt's halt eben das sogenannte Gamer Girl als die weibliche Variante. Aber die wurde halt ähnlich wie auch bei Geek Girl, gab es dann als quasi beleidigende Variante das Fake Geek Girl. Die tun bloß so und so wurde halt auch der Begriff des Gamer Girls mit der Zeit halt ziemlich stark abgewertet als, ja, vielleicht mal für die Definition. Ja, haben wir auch vom Blog Red Riding Rogue. Danke daran. Esspöttische Bezeichnung für eine Frau, die gerne mal mit Controllern oder Spielen posiert, hauptsächlich um Männer zu beeindrucken. Mit Videospielen, aber sonst nichts am Hut hat. Ein oberflächliches Mädchen, das bloß in Klammern männliche Aufmerksamkeiten möchte und diese einfordert, indem es sich als Liebhaberin eines männlichen Hobbys darstellt. Und ich finde, da wird ganz klar die sexistische Wurzel dieses Begriffs, dass man sagt, nein, Frauen können ja sowas gar nicht mögen. Die müssen das nur machen, um Männern zu gefallen. Ernsthaft mögen würden die sowas überhaupt nicht. Das ist halt mit der Nebenfindung oder vielleicht meine Meinung damit dazusagen. Persönliche Meinung, lassen wir erstmal kurz raus. Geht ja erstmal um die Definitionen und die Begriffe an sich. Und das ist halt eben dieses, was halt eben mit Gamer Girl heutzutage vor allem assoziiert wird. Und als Gegenbewegung dazu gab es dann vor verschiedenen Jahren bereits den Begriff des Girl Gamers. Und da habe ich mich mal bei der englischsprachigen Wikipedia bedient. Übersetzung. Na, dieser Terminus Girl Gamer, also dann Mädchenspieler statt Spielermädchen, wurde benutzt, um sich die Begriffe zurückzuholen. Also für weibliche Spieler, um sie selbst zu beschreiben. Wurde aber auch kritisiert als kontraproduktiv oder sogar beleidigend. Ähnlich wie beispielsweise der Begriff des Freaks, der ja vor allem im 19. Jahrhundert eher als so merkwürdige Zirkusattraktion, ja beispielsweise, gab es ja sogenannte Freakshows, benutzt wurde. Und dann aber halt auch im Umgangssprachlichen als Bezeichnung für einen Sonderling genutzt wurde. Und das wurde halt auch von den entsprechenden Leuten irgendwann quasi als eine Ehrenbezeichnung untereinander und dann halt auch irgendwann in größeren Kontext verwendet. Und in ähnliche Richtung geht es halt eben bei diesem Girl Gamer, also allein schon die Reihenfolge, ob ich jetzt Gamer Girl oder Girl Gamer habe, ist schon mal ein großer Unterschied, ob ich viel oder wenig von der Person gegenüber halte. Ja, das ist ein bisschen Linguistik-Exkurs, dass der bestimmende Begriff steht dann immer hinten. Wenn du ein Gamer Girl bist, bist du hauptsächlich erstmal ein Mädchen, das ich anbiete, das ich durch Games definieren möchte. Als Girl Gamer bist du erstmal Gamer und eben auch weiblich, rein zufällig. Kurzer Nerd-Fakt, ein sogenanntes Determinativ-Kompositum, wer es wissen möchte. Und das macht aber einfach schon mal einen gewaltigen Unterschied, wie ich mich da bezeichne und natürlich auch, wieso die Selbstsichtweise ist. Also ich sage am Ende einfach am liebsten ist ein Gamer oder für mich ist GamerInnen, wie man da gerade lustig ist. Oder einfach Menschen, die gerne Bier-Spiele spielen, die gerne mal was zocken. Also da sollte ich und möchte ich eigentlich von mir aus zumindest nicht diesen großen Unterschied machen, ob jetzt Mann, Frau, sonst was. Es gibt ja auch noch gewaltiges Segment dazwischen, zwischen diesen Extremen, ob ich jetzt ein Mann oder eine Frau bin, vor allem was halt eben gesellschaftlich konstrukte Stichwort Gender, Geschlechterrolle angeht. Deswegen finde ich es immer schwierig, wenn man auf irgendwas so definiert und festgelegt wird. Das ist so wie diese klassische Kongresskange, Ossi, Wessi, Nord- und Südstaat und was das alles gibt. Also wir Menschen tendieren ja immer dazu, uns irgendwie durch Kleinigkeiten voneinander abzugrenzen, sei es über Hauptfarbe, sei es über sonst was. Ich gehöre ja zum Beispiel auch zu einer unterdrückten Minderheit, ich bin Linkshänder. Sollten wir mehr in den Vordergrund stellen? Vielleicht nächste Folge Linkshänder im Game? Nein, machen wir nicht. Ohne Scheiß, wir sind sowas von unterdrückt. Hast du schon mal versucht? Rechte Maustaste. Uncontroller, ja, rechte Maustaste, was soll das Scheiß? Da gibt es auch einen wunderschönen Beitrag dazu, aber darum geht es nicht, es geht um Gamer, Girl, Girl, Gamer, Frauen, die spielen. Und ich finde abschließend dazu nochmal eine Meinung von mir, sollte nach der ersten Definition wirklich eine Frau ankommen und sich so anbietend verhalten, mit dem Controller spielen, um Männern zu gefallen, dann darf die das auch. Das ist jetzt auch nicht abwertend gemeint, wenn die Frau das von sich aus machen möchte, dann darf die das. Ja, leben und leben lassen, wir leben in einer freien Gesellschaft. Ob man es gut findet, persönlich gut findet, das ist jedem selbst überlassen und man darf und soll auch durchaus kritisch die Dinge betrachten. Aber am Ende geht es ja wirklich darum, wenn Menschen auf eine bestimmte Art und Weise sich geben möchten und damit anderen nicht wehtun, kein Leid verursachen, das ist immer ein ganz wichtiger Part. Meine Freiheit hört dort auf, wo die Freiheit der anderen beginnt. Ich darf niemanden unterdrücken. Aber unabhängig davon, wenn es einfach nur nicht meinem Geschmack entspricht oder irgendetwas in meinem Denken herausfordert, wo ich jetzt annehme, Frauen müssen ja so und so sein beispielsweise, so eben Stereotype, wie wir es ja schon im Lauf der Geschichte häufig hatten, die darf man auch durchaus mal hinterfragen. Vielleicht ist es gar nicht mal gut, wie es jetzt gerade ist, denn ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn es sich ändert, aber manches muss sich ändern, damit es besser werden kann. Wir hören nachher noch viel darüber, dass wir wohl auf einem guten Weg sind, sagen zumindest die Expertinnen, abschließend würde ich mit einem Beitrag von der Userin Trilobite141 bei Reddit, die in dem Beitrag über GamerGirl und GirlGamer gesagt hat, I'm not a GamerGirl, I'm a GamerWoman. Ich finde, das kann man so stehen lassen. Und wir hören uns gleich wieder zu unserem zweiten Episoden-Blog, wo wir uns mit dem Thema selbst nochmal auseinandersetzen, jetzt eben als keine thematische Einstimmung. Bis gleich. Bis gleich.